Capoeira zu verstehen dauert Jahre. Um Meister zu werden, dauert es allein mindestens 25 Jahre. Das heißt, es ist ein langer Weg, um Capoeira zu verstehen. Capoeira ist aus Brasilien, ist ein Kampftanz. Für den einen mehr Tanz, für den anderen mehr Kampf. Das ist immer so ein bisschen eine Auslegungssache und je nachdem, wie die Personen das sozusagen empfinden. Capoeira aus Brasilien, ist dort zur Kononialzeit entstanden, wurde von Sklaven entwickelt, um sich zu verteidigen und gegen die Sklaverei aufzulehnen. Beim Capoeira haben wir drei große Elemente. Wir haben die Musik, dann haben wir noch den Gesang und dann haben wir noch die Bewegung. Capoeira ist so ganz schwierig, so Kämpfsport. Also Capoeira ist an sich eigentlich für alle Altersgruppen gedacht. Das heißt, von 5 bis 99 kann gerne jeder zum Training kommen. Es gibt für alle Altersklassen immer entsprechende Übungen, die man machen kann und es ist ziemlich persönlich. Aber dadurch, dass Capoeira so facettenreich ist und es so viele Aspekte zu lernen gibt, ist Capoeira schon nicht die einfachste Sportart. Ich zeig dir einmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Wenn du magst, kannst du gerne mal ausprobieren. Wir haben wieder den Dreier-Takt, genau. Von außen, innen, außen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jawohl. Ja, ich habe auch natürlich vorher schon Capoeira gekannt. In Japan auch so bekannt. Ich habe ja so Judo ein bisschen in der Schule gelernt. Eins, zwei, drei. Jawohl. Jochen Achtung. Jawohl. Jochen Achtung. Vielen Dank. Gerne.